So, einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht der Darth Vader. Ich melde mich zurück zu Let's Play Final Fantasy XIII. Wir sind wieder am Snow unterwegs. Ja, der lebt auch noch. Und Haru. Und wir schauen uns hier erstmal um, wo so ein fetter, fetter Kampf mit Shiva stattgefunden hat. Und hier noch überall die Leichen rumliegen. Dad, dad, dad. Sieht nicht danach aus, dass hier noch irgendwie was ist. Glaube ich. Naja, umso besser, sag ich mal. So, mal gucken, was die Kalle sagt. Bepepepepepepepepep. Gut, äh, ja. Wir wandern auch sofort weiter. Die Paradigmen müssten eigentlich noch richtig gesetzt sein. Ja, kommt doch. ja wenn dann mal wir gehen auf den druck das ist irgendwie nicht ganz zu pwickeln Also irgendwie fehlt dem Snow irgendetwas Ich glaube ich hätte immer ein bisschen Stärkungsweil Ich habe hier auch einen Scheiß rumgehauen Das ist auch nicht ganz lustig Okay das wird ein ziemlich langwieriger Kampf Der kann auch so ein Kram machen, das ist cool Mal wieder ein bisschen hochheilen Ja irgendwie fehlt Snow da ein bisschen der Wumpf drin Das konnte ja auch schon mal besser Die müssen wir gleich noch mal ein bisschen ins Crystarium rumdosen Das ist ja nicht lustig wenn das so abläuft Also man hat auch gar keinen Spatz So also ab ins Crystarium und schauen wir uns hier mal ein bisschen um Was bei dem Snow noch geben können Ding 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 So Brecher hat er vollständig Verheerer hat er vollständig Verteidiger hat er aber noch nicht vollständig Okay das erklärt einiges Ähm Ja gucken wir mal Ausrüstung Magie Uninteressant Eisenreif Silberreif Ähm Genau die Paradigmen müssen wir hier doch mal ein bisschen ändern Irgendwie Fehlt hier Ein bisschen was So Verheerer Verheerer Äh Brecher Heiler Verteidiger Augmentor Machen wir das mal lieber so Wird das dann sicherlich auch ganz ganz lustig Mit Snow Und mit Hope Mh Jaa Für was auch immer diese Zwischensicht ganz gut war So wir gehen auf jeden Fall Auf den Freikompascher Und dann nochmal mit Doppelsequenz Genau Fadla Attacke So Das sieht doch jetzt gut aus hier Zumindest mal besser als vorher Bäm 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 So lustig Bäm Und Schock Und Tod Und das war Endlich mal wieder ein relativ guter Kampf So So Sieht doch gut aus Aber hier sind so viele Wachen Das geht ja wohl nicht Protektor Alter wir brauchen unbedingt wieder diese Toren Oder Ventilatoren Oder So Äh Wir gehen auf jeden Fall Äh Wow Es fehlt doch noch irgendwie 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 Ich habe Zeit kommen Ich habe das Äh Jäger Genau Auf den gehen wir Erstmal ein bisschen heilen Eigentlich Wenn Wenn Hope ihn so dolle hasst Warum lässt er mich einfach sterben Und heilt ihn gar nicht Ich bin doch viel lustiger So Boah Da geht ja Schaden rein gerade Der ist nun fast gar nicht mehr lustig Ach Jetzt hätte ich auch gerade ein Ich hätte Äh Könnt ihr auch Schieber nutzen Ah ne Kann ich nicht Weil mein Metamorph Balken Und Voll Ausgepowert Äh Eigentlich voll ist Sozusagen Das heißt Da kommen wir jetzt gerade noch nicht ran Einmal auf Doppelsistent Wir machen mal ein bisschen auf Risiko So Extermination Ja Das war jetzt zwar ein heftiger Kampf Aber er hat sich dann auch irgendwie gut gewinnen Triff Irgendwie Na komm Bam Das ist was ich spreche Fettes Vieh Auch zum schaffen Tschüss Patrick WitzV damit zwar den schnell weg haben aber ich glaube der geht ein bisschen heftiger ab alter die prügeln ja auf snow ein ist ja schon ein bisschen krank so jetzt kommen wir kurz einmal auf extermination ja genau so sollte es sein kommen wir erstmal wieder auf partikular wechseln und auf extermination immer schön weg mit dem nicht dass wir irgendwie ein angriff kommen so jetzt haben wir den auch schon mal weg jetzt sind wir noch mal auf partikular und schock und ab und hier genau man müssen jetzt noch eine kleine pause machen wir sind gleich wieder bis gleich